Holombrrrrrr Was? Okay, mach du hin Halte ein Maul Willkommen zu einer neuen Runde Timolia one on ones Man kann sich jetzt streiten ob Tim heute mit dabei ist oder nicht Ich hoffe man hört ihn überhaupt Ich habe gerade mein Handy ans Mikrofon geklemmt Weil ich gerade aus langweilig mit Tim rede By the way, kann er mal aufhören? Kann der mal sein Maul halten? Der f*** mich gerade richtig weg Aber es ist Tims Account, das heißt deine Stats gehen kaputt So, nächster Fight Bruder Ja, okay Er macht Live News für Bayern Irgendwas Englisches, meine ich Ja, Bayern Menu ist Englisch Zumindest so ein bisschen Wenn man die jetzt mal Ein paar Leute rausrechnet Was auch so geil war, war Ähm Warte mal Halt deinen Maul Ach, die werden diese Saison eh nichts reißen Das Problem ist Ich bin eigentlich War ich für Juve Weil ich kenne Leute in Italien Und meine Freunde in Italien sind super nett und so Problem ist, jetzt spielt der Lackaffe bei Juve Und jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr für Juve sein Das ist so ein Problem Prinzipiell würde ich auch immer sagen, dass Ähm Das Ah, 10 Minuten ist gleich halbe Stunde 150, 100% Sehstärke ist da, oder? Schon so prinzipiell? Perfekte Leaf, danke Wenn es euch gefallen hat, würde ich mir die Ultra über Like, Comi, Abo, Comi, 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 Like, Abo, etc. Bis dann, ciao